Sehr genau hinsehen, prüfen, diskutieren, abwägen. Kreativität ist der entscheidende zukünftige Produktionsfaktor. Keine tragfähige Vision ohne außergewöhnliche Ideen. Viele Unternehmen sind außerordentlich professionell. Aber das, was wir als Jury besonders in den Vordergrund bringen sollten, das ist eben die kreative Leistung. Kreativität ist immer ein Hauch von Genialität, Zufall und viel praktischer Vernetzungsarbeit und positiver Debattenkultur. Ich finde, Sie haben recht, das ist eine gute Idee. Aber sie ist nicht wirklich neu und kreativ. Das sehe ich ganz anders, denn wir bewerten ja nicht nur Kreativität, sondern auch die Nachvollziehbarkeit. Wir wollen ja zeigen, das sind Konzepte, die in die Vervielfältigung gehen können. Finde ich persönlich als eine sehr zeitgemäße und sehr junge Idee und sollte da auf jeden Fall auch weiterverfolgt werden. Im Diskurs die beste Lösung suchen, zuhören, aufnehmen, nachdenken, Meinung begründen, Argumente wägen, Gewichten, Abstimmen, Resonieren. Für mich zeigen die Bewerbungen deutlich, dass in den Verbundgruppenzentralen die Managementkompetenz in Richtung Innovation deutlich zugenommen wird. Die Bewerbung zeigt, dass Originalität nicht alles ist, sondern es geht auch darum, wie weit ist das eine gewisse Vorbildfunktion, gerade im Vordergrund des mittelständischen Strukturellen dabei. Ich finde dieses Konzept großartig, weil Mitarbeiter involviert werden. Die Jury arbeitet hart, checkt immer wieder und noch einmal die Unterlagen, diskutiert erneut und kontrovers das Pro und Contra. Das Bewertungsraster wird strapaziert, aber wenn wir... Wenn wir einen Kreativpreis vergeben, dann müssen wir auch irgendwas Neues sehen. Und ich finde, wir haben tolle Lösungen gesehen, die das bieten, aber dieser Kandidat ist hier wirklich ganz weit vorne. Wir hatten eine sehr interessante, lebendige und konstruktive Diskussion auf Basis der eingereichten Unterlagen. Die Schwierigkeit bestand darin, aus den Guten die Besten zu finden. Ich glaube, das ist uns nach ausführlicher Diskussion ganz gut gelogen. Der Kreativpreis des Mittelstandsverbundes ist 2013 neu ausgerichtet worden. Die Resonanz ausgesprochen gut. Also mich hat heute besonders beeindruckt, dass die Bewerber mit ihren tollen Einreichungen, die sie gemacht haben, dargelegt haben, dass die Verbundgruppen doch unendlich bereit sind, eingetretene Pfade zu verlassen. Neue Wege, eine neue Preisskulptur für die beste und kreativste Leistung. Der Kreativpreis des Mittelstandsverbundes 2013.